Erzähl! So, und aus dem Prinzip hier nehm ich jetzt nochmal ein Schlückchen Wasser und dann sag ich dir erstmal ein Ficklob. Junge, ich krieg klitschnass Hände. Ich nehm dein Torwart! Und das hört sich gut an. Dieses direkt im Satz Stillwert hört sich perfekt an. Ich hab ihn gebumst. Was hab ich getroffen? Ich glaub ich hab ihn richtig gebumst. Der Typ ist still. Benzimmer. Bellingham. Nein. Vini. Nein. Hallo? Du hast den teuersten Spieler in meinem Team getroffen. Was? Benzimmer Toti.